Der richtige Arbeitsgang zur richtigen Zeit und das möglichst schnell. Für diese Fortbewegung hat Michelin seit jeher Maßstäbe gesetzt. Reduzierter Luftdruck erlaubt eine Mobilität mit wenig Widerstand und exzellenter Kraftübertragung auf dem Feld. So zeigt der hochflexible Michelin-Reifen bei reduziertem Luftdruck erst richtig seine Muskeln und setzt sie ein, um den Boden in höchstem Maße zu entlasten. Der Blick in den Reifen zeigt, wird der Druck reduziert, vergrößert sich die Bodenkontaktfläche. Mehr Stollen verzahnen sich mit dem Boden. Vier statt zwei Stollen vermindern den Schlupf. Und sie fahren mit mehr Zugkraft. Mit Michelin-Reifen und dem angepassten Reifendruck schaffen sie ihre Arbeit um bis zu 25% schneller. Auch hier unterstützt sie das Programm ProTire für effizientes Wirtschaften. Auf einen Blick sind alle Vorteile abrufbar.